Da hatte ich schon gesetzt, ja, da auch. Nein, da wollte ich den noch gar nicht, ich wollte den da haben. Egal, ich habe sowieso vor, diesen ganzen Lavasee hier leer zu machen, damit ich den dann erforschen kann. So, hier, ja, genau so. Okay, dort konnte ich noch was nehmen. Äh, jo, jetzt brauche ich nur noch diesen einen Block und dann muss ich noch Diamant finden. Hier geht nicht mehr, hier ging noch was. So. Jawohl. Okay, und jetzt, mach ich so und so und zack, habe ich eine Menge, ob sie dann... Okay, so viel ist es jetzt nicht, es sind neun Stück, aber ich meine, es reicht für... Äh, für... Ihr wisst, was ich meine, ne? Ach ja, das geht ja im Singleplayer nicht. Für neun Stück reicht für das Fällenportal nicht. Ja, das hätte mir auch vorher einfüllen können. Egal. So, jetzt holen wir uns den Redstone hier. Hoffentlich ist hier auch Diamant in der Nähe, ne? Ja. So, gut. Kann ich jetzt hier das ganze Eisen abbauen? Das hier schließe ich wieder. Oh, das ist so schön viel hier. So, jetzt geht's hier. Vielen Dank. Jo, perfekt, kann ich jedes mal, wenn ich Obsidian brauche, diese Kugel voll machen. Ok, hier haben wir noch Redstone. Ok, und jetzt würde ich halt noch ganz gern Diamant finden, ne? Oh mein Gott, da hinten ist eine große Höhle. Ok, auf geht's. Also den Lava-See werde ich nie leer kriegen, ganz ehrlich. Never ever. So, wenn ich jetzt noch Gold finde, kann ich sogar ne Uhr machen. Also da hinten weiß ich, war noch... Ja, leider nur Eisen, ich dachte das könnte vielleicht Gold gewesen sein. Ähm... Ist das überhaupt ne Höhle? Nein! Ach Gott, Drecks, Licht, äh... Schlag mich tot System, ne? Das ist mir jetzt auch egal, ich kann mich jetzt hier lang... Ich hab mal vor. Ehm... Ja... Also hier ist es jetzt, ich habe mir in einem grab' Absatz zu machen. Und dann kann ich nicht mehr auf dieses Bauch der Bauchartang gehen. Und dann ist das, das, das ist dann. Also hier ist das, würde ich mich einfach gerade aufhören. Und dann können mit der Bauchstilie. Ich höre links von mir Zombies. Hört sich an wie ein Zombie-Spawn. Ist ein Zombie-Spawn, weil es gibt keine drei Zombies, normalerweise auf einem Haufen. Ja, wow, 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 alter Chill. 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 zu